Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und finally zum Trailer von Petra und Arenys, also vor der Arenys, keine Ahnung, auf jeden Fall mit den beiden neuen magischen Runenstein-Urpferden, die wir uns am besten jetzt mal direkt im Trailer anschauen. Untertitelung. BR 2018 Okay, also erstmal muss man sagen, dass ich finde, dass sie, also erstmal sieht es ganz klar aus, als würden sie in das neue Gebiet oben reinkommen, zumindest jetzt hier will, die sind auch gleich nochmal bei Star Stable, sie wirken so ein bisschen starr vom Blick her, ja okay, sie sind Steine, aber okay, an sich fand ich sie von den ersten Bildern her ansprechender, und ich muss aber ganz klar sagen, dass mir das hier jetzt fast sogar besser gefällt, als es davor, also davor war ich ganz klar zum Schwarzen tendierend und jetzt ganz klar eher zu dem Grün. Oh, ich bin mega unsicher. Wir gucken mal, was Star Stable darüber eigentlich schreibt. Star Stable schreibt dazu, vom 3. bis zum 24. März für 750 Star Coins, und zwar im Moorland. Okay, also sie kommen definitiv nicht in das neue Gebiet, wie ich eben dachte, sie kommen da zu Gary Goldzahn wieder hin, also zum Leuchtturm dann sehr wahrscheinlich, und sie schreiben zu den Pferden. Oh mein Gott, das ist voll der mega Text hier. Überall auf Jorvik stehen uralte Runensteine, das Vermächtnis druidischer Steinmetze, die im Namen Aydins arbeiten und die Insel zu schützen. Die Legende besagt, dass ein Meister der Steinmetzkunst durch die Macht des Steinkreises einen Runensteinleben einhauchen konnte. Aus solchen wundersamen Handwerkskunst ist das Petra aus der Erde empor galoppiert. Die Hufschläge des Petras können den Boden erzittern lassen, aber da das Petra eine sanfte Seele ist, möchte es nicht, dass die Welt durch seine donnernden Hufe zerstört wird. Deshalb kann man es oft still wie eine Statue inmitten der Natur stehen sehen, während es Ranken und Blumen auf seinem Rücken wachsen lässt. Diese gelassene Grundstimmung macht das Petra zu einem entspannten Reitpartner, der gerne über die sich windenden Wege läuft und auch mal eine Pause einlegt, um etwas Moos zu knabbern. Aber man darf nie die wahre Natur des Petra vergessen, eine uralte Kraft der Magie, die aus dem Land selbst geboren wurde. Solange Aydins Licht auf Jorvik leuchtet, wird das Petra noch Jahrhunderte weiterleben. Auf ihm reiten zu dürfen ist ein Geschenk, sich mit diesem Pferd zu verbinden bedeutet, die Ewigkeit zu berühren. Obwohl Petras überall auf Jorvik auftauchen, wo es Runensteine gibt, scheinen diese mythischen Pferde von den Wildwoods angezogen zu werden, wo Jorviks ursprüngliche magische Energie am stärksten ist. Wie andere magische Pferde in Jorvik zeigen sich Petras nur an wilden Orten in ihrer ganzen Pracht, während sie sich in bevölkerten Gebieten im Verborgenen halten. Doch ganz gleich, ob sie sich ihrer magischen Form präsentieren oder sich unauffällig unter anderen Pferden gemischt haben, Petras reiten sich wie die Clyde-Stales, denen sie ähneln. Und zu den Arians, überall auf der Insel Jorvik, genau das hatten wir nämlich schon, nur da jetzt eben als Neues, manchmal korrumpieren dunkle Kräfte die Heiligen ruhen und lassen diese Monumente zerbröckeln. Aus diesen zerbrochenen Steinen werden Irinus geboren. Die Jorvikischen Folklore besagen, dass Irinus, wo immer sie auch hingehen, eine Spur aus rissiger Erde hinterlassen. Wenn sie zu lange unbeaufsichtigt bleiben, galoppieren Irinus möglicherweise davon, um Rache an denen zu nehmen, die den Runenstein, aus dem sie stammen, zerstört haben. Die wilde und unermüdliche Natur der Irinus macht sie zu leidenschaftlichen Reitbegleitern, die immer bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen und stärker und schneller zu werden. Das im Schatten geborene Irinus hofft darauf, eines Tages wieder in der Erde willkommen zu sein, der es entsprungen ist. Vielleicht kannst du ihm helfen, der Erlösung etwas näher zu kommen, indem du dich mit diesem unglückseligen Ross verbindest. Obwohl Irinus überall auf Jorvik zu finden sind, wo es Hohensteine gibt, scheinen diese mythischen Pferde in den Wildwoods angezogen zu werden. Genau. Das hatten wir nämlich auch schon mal, dass bei beiden nämlich am Ende gleich ist. Also, sieht nice aus. Ich bin gespannt, wie gefallen sie euch jetzt so in der Bewegung. Erzählt es mir. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.